Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Bestätige, sie sind gut verteilt. Operator auf Position. Kavira, Infos zu den Feinden. Ich kann 15 Söldner bei den QCR-Waffen sehen. Jetzt 14. Neutralisiert die Gegner und extrahiert die Ladung. Redhammer geht vor. Ghost Eyes unterstützt. Auf mein Zeichen. Hey, was ist das? Geht in Deckung. Was zum Lenker? Oh, shit. Werde beschossen. Schlepp, schweine. Schlepp, schweine. Fuck. Feindfeuer. Oh, mein Zeichen. Was ist hier? Esch, dein Einsatz. Mach dir knapp. Schlepp, was ist da oben? Schlepp, sie aus. Wer drückt? Sophia, linke Seite. Kavira, wann ist der Tag? Ausschalten. Nighthaven hätte verhindern müssen, dass ihre Ausrüstung in falsche Hände gerät. Deshalb müssen wir sie extrahieren. Bringen wir das zu Ende. Ash? Lauf! Das ist sicher kein schöner Anblick. Nighthaven-Waffen in so großer Menge sind beängstigend. Und sie sind der perfekte Köder. Nenn mich sentimental. Aber ich bin enttäuscht, dass sie darauf reingefallen sind. Weißt du, zu meiner Zeit wurde Rainbow noch gefürchtet. Eine geheime Einheit voller Killer. Und du hast aus ihnen einen verdammten Zirkus gemacht. Du hast meine Einheit blamiert, Harry. Jetzt ist es ihre Einheit. Und du blamierst dich. Demos. Als nächstes werden die Trupps fallen. Einer nach dem anderen. Jeder Operator stirbt. Ich wollte dir danken, dass du es uns so leicht gemacht hast. Es ging nie darum, Rainbow anzuführen. Sondern ihnen zu helfen, sich selbst zu führen. Und jetzt, entschuldige mich bitte. Ich finde dich wirklich außerordentlich langweilig. Ich sag ihnen, du hast bis zuletzt gekämpft. Und dann kommen sie zurramento direkt. Ich möchte dich als vors些. Ich schuldige mich Anh pas, rührt mich aus. Die hupte ist mir scheiß. Ich habe mich ja nicht so leicht gemacht. Ich all dasuelle Welt. Ich guppere mich. Und dann Lectiv. Ich gehe ja nicht so leicht. demographics�zza zu переход liberty. Untertitelung des ZDF, 2020